Oh, halt, so'n Palmenhaufen zu schlafen ist schon nicht schlecht. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ja, dann hilf mir, bitte. Du bist Arya's Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastis. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastis hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eodoros ist tot. Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastis und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Arya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastis? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopus sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Wo ganz genau, Senu? Ah ja. Dann lass mal checken. Wie sieht's denn da aus? An den Kais wird wahrscheinlich alles gut bewacht sein, denke ich mal. Gut bewacht ist gut. Wie komme ich am schnellsten hier rein? Den Wasserweg. Da ist er. Okay, er ist gefangen. Hier sind einige Wachen. Einige sind am Schlafen und einige... Bewachen natürlich hier. Den Gefangenen. Der am Schiff... Der auf dem Schiff ist wahrscheinlich einer der Anführer. Also gut. Dann nehme ich den Wasserweg. Und schwimm rüber. Okay. 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 Okay, der steht ziemlich am Rand, das ist ganz gut. Hier schießen Sie zuerst und fragen dann. Hol mich hier raus! Dammit. Steht zu weit weg. Der andere ist weggelaufen. Hey, Kumpel. Ja, komm näher ran, damit ich dich reinziehen kann. Okay. Klar sieht er mich. Klar sieht er mich. Ich decke dich. Alles gut, wie das. Okay. Schön langsam. Und gleich der nächste. Mach's gut! Das Wasser färbt sich rot. Freunde. Ein Schuss, ein Treffer. Tschau! Hier stimmt was nicht. Und tschüss. Hier stimmt was nicht. Ich hab ne Fackel in der Hand. Nee, das ist keine gute Idee. Auch ein Schuss, ein Treffer? Nein. Bei ihm hier nicht. Okay. Zwei Wachen erledigt. Fehlt noch eine. Bye bye, mein Freund! Pfeile. Pfeile. Er läuft weg. Verdammt. Oh ja. Hey, Mann! Und tschüss. Gut. Zwei erledigt. Fehlt noch eine, oder? Der Seelen ruhig hier nämlich im Zelt schläft. Oh. Der ist aufgestanden. Zum Teufel steckt der. Wie sieht's hier aus? Mit dem Zelt? Gibt's nichts. Okay. Dann befreie ich mal den Gefangenen. Damestes. Nee. Doch. Hi. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Ja, jetzt nicht mehr. Bitte vergiss mich nicht. Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit. Dann reden wir. Okay. Ja, wir sind weit genug weg. Jetzt komm, beruhig dich. Wie weit willst du denn noch laufen? Wie weit willst du denn noch laufen? Wirst du hier... Wo willst du denn hin? Okay. Ich folg dir mal einfach. Ach, zu Damestes zurück. Ja, komm, wir nehmen mal beim Boot. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Ja, natürlich. Du bist der Held. Jetzt. Apollodorus hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Was? Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodorus wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sage ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Das bedeutet, wir müssen wieder hier rüber. Aber bevor ich jetzt da rüber schwimme, warte ich mal, bis es Tag ist. Immer bin ich in der Nacht. Gibt es doch nicht. Sehr schön. Gut. Die ersten Fischer sind auch schon unterwegs. Und ich klaue hier jetzt schon jemand sein Boot, der wahrscheinlich verschlafen hat. Seino, sag mir, wo ist das versunkene Schiff? Oh, wir sind fast da. Okay. Ich hoffe, dass das Niebpferd nicht mehr da ist. Hopp. Wow, das ist aber ein großes Schiff. Komm schon. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Neck. Scheiße. Neck heißt da so scheiße auf ägyptisch. Okay. Okay. Da ist doch Apollodorus. Apollodorus. Warte. Wo willst du denn hin? Bist du auf der Jagd? Ich bin hier. Hier ist dein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Was heißt hier vielleicht? Das heißt hier vielleicht. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompejus gedacht, um Rom auf Cleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt erfahren. Wir fahren zu Cleopatra. Du hast Arya in diese Geschichte. Krass. Ihr Vetter Phanus erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Phylaketai von Alexandria getötet habe. Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Phylaketai sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlustern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Cleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war. Und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt auf Cleopatra. Das ist wahrscheinlich lange nach ihrer Herrschaft, oder? Ja, wer weiß. Das ist dein Anwesen? Wow. Dir ging's nicht schlecht, ha? In der Villa erfährst du mir. Ah. Bin schon auf dem Weg. Riesending hier. Hallo. Hallo. Ja, ja. Ja, was ist denn los? Kommst du nicht mit in deine eigene Villa, oder was? Die Königin genießt das Leben der Oberen Zehntausend. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Cleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Cleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich. In angemessenem Ton und vor allem. Meide jeden Blickkontakt. Was? Okay. Okay. Da ist also die Leibwächter von Cleopatra. Bereit? Ich kann es kaum erwarten. Wir haben sie mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge. Sie ist nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. Oh. So wie Xantidis. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehotuek Nebschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest wohl ihr knien. Ah, Tosha-Renta. Das sind Arya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich? Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Eodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemaeus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier im Nil-Delta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabeus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh. Hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodoros war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nur das Fajum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wow. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Ohohoho, das höre ich doch gern. Wir haben Remus' Mörder immer noch nicht gefunden. Leider nicht. Der Kar unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte zilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt und morgen wird getötet. Gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020